So, wo wollen wir denn hin? Blau? Wieder blau? Warte kurz. Ja, ich habe irgendwas ausgewählt. Blau, ja. Blau, blau, blau. Wir müssen wieder Artefakte. Also es ist glaube ich dieselbe Mission wie eben. Ja. Oh, guck dir das an. Jetzt im neuen Gewand. Neue Brille. Endlich konnte ich sie mir leisten nach dem 15. Einsatz. Anscheinend war Thorsten hat, by the way, auch richtig genervt. Und der ist ja die Ruhe-Person. Hast du immer noch deinen Cowboy-Hut hier auf? Natürlich. Und jetzt mit Sonnenbrille, oder was? Dreckig. Ich habe keine Sonnenbrille. Ich habe eine Bandana. Bandana, Bandana. Was ist denn hier? Oh. Ah, okay. Ich bin schon ein bisschen besser geworden, aber ich schieße immer noch extrem wenig Leute an. Ich muss aber auch sagen, dass es hier bei dem Spiel schwierig ist. Es läuft nicht mal fließend mit 30 Bildern. Warum schreit hier einer? Ich habe Energie verloren. Ich bin gerade gesprungen und habe mir das Bein gebrochen. Oh. Vermutlich befinden Sie sich noch in den roten Kisten vom Museum. Ja, also... Er ist hier. Ich höre ihn. Jo. Er ist rechts oben. Einer löst Alarm aus. That's bad. Ich mache die Dinger kaputt. Keine Anfängerfehler mehr. Also, jetzt will ich die Dinger hier aufmachen. Ja, habe ich gerade. Was macht der denn hier? Er nimmt den... Das ist weg. Das bin wahrscheinlich ich. Das ist habe ich. Ist hier irgendwo? Jo. Von wo? Von links oben, glaube ich. Also, von mir aus links oben. Da oben ist er. Da ist er. Da oben ist er. Oh oh. Jetzt ist er über mir. Oh oh. Jetzt ist er über mir. Oh oh. Scheiße, die anderen kommen. Jetzt müssen wir uns um die anderen kümmern. Alter, was ballert denn hier auf mich? Was ist das? Keine Ahnung. Voll hell. Das ist doch voll die Explosion. Alter, er ist hier. Er ballert auf mich. Ich habe ihn nochmal angeknallt, aber er ist irgendwo da oben. Der nutzt wirklich genau die... Scheiße, wir müssen die anderen aufhalten. Die machen Alarm. Was sind denn die? Keine Ahnung. Wer ist hier? Ich glaube, wir haben sie getötetet. Achtung, der ist geradeaus vor uns. Ist er unten oder was? Ja. Wir haben ihn. Er hat mir ein Netz übergeworfen. Hilf mir. Achso, schnell wieder Hohl drücken. Ah, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich habe alles hochgejagt. Ja, ist alles okay. Er ist weg. Er ist weg. Warum? Er hat schon wieder über mich geworfen. Bist du komisch im Netz? Er ist wieder weg. Okay, wir können es mit dem Messer direkt... Wo ist er? Boah, ich habe ihn... Ich sehe ihn nicht mehr. Hier ist er. Oh, verdammt nochmal. Markier ihn bitte. Hier. Ich bin tot. Ich bin tot, ihr müsst mir helfen. Fuck. Jetzt, gib ihm alles. Komm, gib ihm. Hinterher, hinterher, hinterher. Geht's nochmal hinterher. Wo ist er hin? Oh, ich habe nicht mehr so viel Muni. Egal. Ich weiß es nicht. Was ist er, ich weiß nicht, wo ist er hin? Da, rechts, da, irgendwo ist es. Er hat sich geheilt. Ja, er hat sich geheilt. Okay, können wir gleich wieder vergessen. Fuck. Ich habe Muni. Er ist wieder hier. Er ist hier irgendwo? Wo ist Muni? Ja, ich würde es gerne hier. Ich komme, ich nehme es mir. Beschütze mich in der Zeit. Jo. Hab's. Ja, er ist weg. Wir müssen jetzt eh weiter. Ich meine, er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Er ist jetzt eh Wurst. Ich höre ihn, Wumsen. Er läuft hier über uns rum. Da oben. Ich würde es gerne machen. Da. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich habe ihn gemarkert. Ne, ich sehe ihn nicht. Da. Gott, ich bin zu schlecht. Oh, jetzt heil dich, Mann. Mach was. Ich muss weg. Ihr seid zu weit weg. Ihr seid zu weit weg. Er macht mich plötzlich. Er ist bei mir. Hilf mir. Sehr gut. Jetzt Messern. Jawohl. Wir haben ihn. Yes. Was muss ich jetzt machen? Wir haben ihn. Er konnte nicht mal mehr flüchten. Wir müssen jetzt nur noch... Äh. Was muss ich machen? Nichts. Wir müssen das jetzt einfach nur noch verteidigen. Jetzt wollen die anderen ihn haben. Wir wollen ihn zerstückeln. Wir müssen ihn beschützen. Ja. Oh, das bist du. Sorry. Nicht heilen. Geil. Immer hin hier. Lass das. Lass das. Wer schießt hier so wild? Ich hab hier mal ein bisschen Muni für euch. Perfekter Zustand. Müssen wir noch irgendwas machen hier? Nee. Einfach nur durchhalten, oder wie? Ihn verteidigen, ja. Ja. Kriegen wir hin. Die sind schlecht hier. Wir haben es fast geschafft. Okay. Da unten kommt noch einer hinterm Baum. Maul. Okay, ich glaub wir haben es. Ich hab hier nochmal Muni. Oh, wir haben es geschafft. Ah, sehr schön. Sehr schön. Der hat ordentlich genervt. Der hat... Ich wollte schon sagen, der... Oh, hier guck dir das an. Wir zwei. Nee, das bist du leider nicht. Das bin ich nicht, oder? Das war ich und der andere. Wir sagen trotzdem, du warst es. Geil! Zum zweiten Mal komplett platt gemacht. Der hat es nicht mehr geschafft, sich hoch zu jagen. Predator Kill. Ich hab ihn zum ersten Mal selber gekillt. Zerdrückt. Ich hab ihn doch gekillt. Meine Kugel war die entscheidende.